Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr die Vita Coco Sneakers bekommt. Vor ein, zwei Wochen habe ich schon ein Video gemacht zu den anderen Vita Coco Items, die man hier bekommen konnte. Und die Vita Coco Sneakers waren nicht dabei, weil man noch nicht wusste, wie man sie bekommt. Ich habe ewig gesucht. Jetzt weiß ich, wie man diese Sneakers bekommt. Und ich hätte dazu eigentlich kein Video gemacht, wenn nicht so viele Leute das gesucht hätten. Hier seht ihr einmal den Graphen von dem Video, das ich gemacht habe. Und es ging richtig ab. Offenbar, weil ziemlich viele Leute danach gesucht haben, wie kriegt man die Vita Coco Sneakers. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr die Vita Coco Sneakers bekommt. Genau diese Sneakers hier, die könnt ihr bekommen, wenn ihr hier jetzt runter geht zu den Badges. Werdet ihr sehen, dass inzwischen mehr Leute die Sneakers haben, weil inzwischen auch mehr Leute wissen, wie man diese Sneakers bekommen kann. Dafür gehen wir einmal rein in Vita Coco The Coconut Grove. Und angekommen in diesem Spiel müsst ihr zu diesen Schildern hier gehen. Und müsst in der Reihenfolge wie ich diese Schilder ansprechen, sage ich mal. Du gehst erstmal zu diesem Schild, e, x, dann zu diesem Schild, e und x, dann dieses Schild, e und x, dann wieder zurück zu diesem Schild hier, e, x, dann das Schild, e und x, dann das hier, e und x. Dann gehen wir zu dem ersten Schild rüber, drücken hier dann nochmal e und x und dann ist es wichtig, dass ihr zu dem vorletzten Schild nochmal geht, zu dem hier und das zweimal anspricht. Also e, x und nochmal e, x und schon kriegen wir das Abzeichen hier unten und haben die Vita Coco Sneakers. Darauf hätte ich auch nicht kommen können, wir können jetzt aber einmal das Spiel hier schließen, gehen nochmal auf die Vita Coco Sneakers aktualisieren und wie ihr seht, Item in Besitz, ich besitze nun die Vita Coco Sneakers. Ich wollte sie nicht haben, aber jetzt habe ich sie und ich hoffe, dass ich nie wieder in dieses Spiel reingehen muss. Ciao!